Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Mein Team von RentenBescheid24.de und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest und vor allen Dingen ein gesundes neues Jahr 2022. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich für Ihre aktive Teilnahme an unserem YouTube-Kanal bedanken. Ich freue mich auch über die vielen neuen Abonnenten und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie im Jahr 2022 weiterhin uns treu bleiben. Ich darf mich für die vielen Neukunden und Bestandskunden in unserer Anwaltskanzlei RentenBescheid24.de auch bedanken. Wir, das Team von RentenBescheid24.de, gehen in eine kurze Weihnachtspause und versprochen, Sie werden uns nächstes Jahr im Jahr 2022 wieder aktiv hören und sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel. ... ...